Einen energiegeladenen guten Tag und herzlich willkommen zu Dead by Daylight Surfcore. Surfcore ist eine Challenge, bei der das Ziel darin besteht, dass wir alle vom niedrigsten Rang, also Asche 4, bis auf Schilland 1 aufsteigen. Dabei startet jeder von uns mit einem Survivor. Das sind Mac, Claudette, Dwight und Jake. Ziel jeder Runde ist es, einen Plus-Eins-Pip zu schaffen. Schafft einer von uns keinen Pip, also eine Nuller-Runde, ist der Survivor gestorben und kann von keinem von uns nochmal verwendet werden. Derjenige, dessen Survivor gestorben ist, muss dann also zum nächsten freien Surf wechseln. Schafft einer von uns einen Plus-Zwei-Pip, zählt dieser als Joker für das ganze Team. Der nächste, der also keinen Pip schafft, behält seinen Survivor und kann diesen in der nächsten Runde wiederverwenden. Endet ein Spiel vorzeitig, weil der Killer disconnected hat, werden Nuller-Runden nicht gewertet. Das Projekt endet, wenn jeder von uns Schilland 1 erreicht hat oder wenn keine Survivor mehr übrig sind. Und jetzt viel Spaß bei DBD Surfcore. Dieser Hardcore-Challenge da von Odds, J.R.M. und so weiter angeschaut. Das ist auch geil. Ach nee, ich mag diese Map-Spiele, aber nicht. Das ist die Neuen, also die relativ Neuen. Ich bin ja gefühlt noch nie entkommen. Vor allem mag ich nicht alles rausgehen, wenn es mal so dunkel ist. Oh, ne Fäule. Oh, yo, es war neben dir vorbei. Oh mein Gott. Aber mit Panikmacher, gut, dass ich keinen Dead Hard dabei habe, das ist schon mal sehr angenehm. Ich hab doch gleich mal einen Pumpkin hier gefunden. Oh no. Dann hau den kaputt. Boah, ich bin hier ziemlich aufgeschmissen, weil ich keine Ahnung habe, wo es sehr lang geht in der Map. Moinsen. Uipi. Moinsen. Ich nehme es außen zu laufen, das ist halt auch ein bisschen schwierig. Ich hab an die Eier-Taste gedacht. Ich denke, in der Taste. Ich glaube, es ist okay. Ne, danke für die Kürze. Ups. Ich wollte mich testen. Ups. Er hat mich verloren. Er hat mich verloren. Ne, er hat mich. Er hat mich. Er hat mich. Warum bin ich eigentlich erschöpft? Ich frage für einen Freund. Wegen dem Perk. Was ist da unten in der Mitte? Was ist das? Das ist diese... Das ist neu. Beutz-Splitter. Aua. Ich hab mir jetzt aber gehauertet. Fit hurts. Ist natürlich hart belastend, wenn man hier auf Sprintboost gehen möchte und dann ist man leider erschöpft in dem Moment. Oh, was ist das? Ich hab einen Spalt gefunden, aber ich glaube, das ist auch für Killer, ne? Ja. Okay, du gehst jetzt am besten auch immer so ein bisschen kommentieren, wo wir... Ja, ich geh gerade ins große Haus und da ist der Killer. Ne, 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 das geht ja. Da ist aber so komischer Spalt, dann hab ich das Spalt. Wir sind denn gerade hier... Ibi wird gerade verfolgt, oder? Ja, aber er hat schon die komplette Runde mehr oder weniger. Ne, ja. Wunderbar. Wunderbar. Ich hab ge... Sag mal nur ins Haus. Ich verlasse das Haus. Das ist angenehm. Was ist mit dem Gen, wo wir gerade waren? Oh, wey. Da ist ein Kürbis. Er folgt mich. Was ist mit dem Gen, wo wir gerade waren? Hat er den gehittet? Weiß nicht. Ich weiß, ob das nicht so gehört, aber ich hab nicht geleuchtet, nachdem ich den Kürbis zerstört hab. Wo du gerade vom Kürbis redest? Vielleicht hab ich den abgenommen. Ja. Ja. Das Game ist mal anders dark geworden. Naja, ich find die Map ist ziemlich schlimm. Ja, Mann. Ach, krank. Wenn wir auf der Farm-Match... Machst es gut, mach weiter so mit dem, was du machst. Ja, danke! Und bitte schmier dich bei mir ab. Ne, ich hab die Pelle. Sehr schön. Da oben, wenn er nicht ins Haus kommt. Eben. Da steigt. Was war mit Haus? Nein! Ich bin ins Haus oben. Ich bin im Haus oben. Jim ist bald fertig, aber er hat keinen, äh, keinen Tüftler. Ja. Ja. Mein Freund. Und gleich mal zu rum. Jawoll. Ich loop mal noch ein bisschen hier. Ich loop nicht mehr. Es ist wirklich dunkel hier, da geb ich dir recht. Oh, da hin bist du. Latsch. Da wo ich liege, ist ein Jam, der wär schon recht weit. Da wo du gerade, achso. Wir sollten mal wieder angefixt werden. Die meisten Fenster kann man ja nicht rausziehen. Ah, ich hab's tot angefordert. Es ist unten im Haus. Es wird wahrscheinlich unschärflich das mal sein. Und da hin. Ich mach's trotzdem mal weg. Ich geh retten. Wunderbar. Was? Dann, ähm. Ah, sehr gut, sehr gut. Da geht ihr. Ich würd dann gleich mal nen Abgang machen. Was ist da hinten? Also, playing kann man den easy. Es leuchtet da so orange in der Map. Ach, das ist der Spalt. Was bringt der uns? Okay. Leute, wir können die Leerenergie übertragen. Und dann wieder geschlossen. Okay. Dann machst du einen Energietransfer. Okay. Hört sich eher so nach Dudu-Schule an. Aber wo einer. Hört sich an nach Matrix. Matrix. Äh. Ich glaub, es wird ein. Ist dann gleich. Ne, ne, ja. Oh, es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Du meshst mit dem Jam. Gen. Oh, da liegt ein Killer. Ich bin immer noch nicht der Einheit. Ja. Ja. Geh. Redschalter. Ja, sorry. Michalow. Ich hab auch. Ich würde gern... Ich warte nicht. Ich hatte Leerans vorbei. So. Gen in 3, 2, 1. Ja, ich muss aber auch noch zweimal retten, Leute. Einen sehr Energie übertragen. Ja, das wär echt gut. Ähm. Wäre gerade für Heidung verfügbar? Schwierig. Ich bin gerade beim... Ah. Indrehen. Ich bin in der Nähe von der Hauptstraße. Da bei nem Djinn. Ich hab leider keine Koordinaten gesagt. Da kommt der jetzt zurück. Ist mir scheißegal. Ja, ja. Drennen. Ihr überlebt 10 Sekunden. Hahaha. Ha. Na. Ich hab auf. Ähm... Oomkoffs. Passt ist raus. Es ist wirklich dunkel. Hartdunkel. Ihr müsst mich nicht holen. Ja, die Selbstvertretung hier am Start. Ja, gut. Dann rette ich den, äh... ...deckler? Ah ne... Beide. Okay, ja. Ja, ich, ich, ich hol richtig das so. Ich, ich häng hier noch ein bisschen, um ihn zu verworren. Ich bin im Busch. Mach die Leerenergie nochmal zu. Ich hab keine Ahnung, was das bringt, aber ich mach's. Ach, man kriegt dann... Oh Leute, erst mal bei mir, erst mal bei mir. Du kannst beide retten, ne? Nee, er bekämpft, er bekämpft die beiden. Ich bin grad am Recoveren, bin zur Hälfte. Aber, willst du dich selbst retten? Ich will mich selber retten. Oh, okay. Kuss. Er kommt. Warte, ich hätte was. Er hat nicht gedocken. Der springt irgendwo. Hi. Yes. Ja. Lenk ihn besser da ab. Ich mach einen Toten. Hallo, Floden. Hallo, I'm Unsuddy Water. Was macht ein Widerstandsfähigkeit nochmal? Chans oder heilen, wenn man verletzt ist? Was? Ähm... Chans sind schneller. Um vier Prozent. Nein, da ist was. Ouchi. Muchos gracias, sag ich. Ähm... Du kannst du versuchen, ihn aufzuhalten. Ja. Irgendwie. Ich hab Sabotage. Jawoll. Nochmal gesagt. Jawoll. 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 Das ist so gescheuert. Und vor allem, dass man nicht mehr die ganze Zeit Taschenlampe klicken kann. Ja, das find ich gut. Das find ich gut. Das find ich gut. Aber... Den Rest... Und das kann man nicht mehr machen. Da ist wieder so'n Speis. Aber ich hab... Ja. Du, ich kann ihn schließen. Oh nein. Ich kann ihn auch schließen, aber ich hab kaum extra Punkte. Ich bin fast gehealt. Wie? Ja, das ist so. Haben wir noch irgendeinen... Äh, wait, wait, wait. Waiti. Unter dir. Sitzt irgendwer an einem Gym? Ich bin fast gehealt. Machst du mich schwer fertig? Ja, fast. Ja, hey. So. Ich hab zum ersten Mal gehe ich dir doch mal. Jawoll. Auch mal nett. Ja, ist doch logisch. Okay, ich... Das ist nicht schlecht. Ich kann man ja mal... Okay, der Säckle... Der Säckle läuft dann wieder rum. Ähm, die Rettung... Soll ich... Wer rettet? Ich bin ganz in der Nähe. Du rettest? Dann mach ich den Gen weiter. Jawoll. Okay, er geht kurz hinter mir, ja. Okay, warte. Dann gehe ich auch mal Richtung retten. Ich rette mal. Ja. Er kommt gleich wieder zurück. Hab ich gesehen. Der... Der... Der will halt das. Aber ich hink noch nicht. Ich kann retten. Das ist okay. Ich habe ihn gerettet. Ich glaube, er geht wieder... Ja, er geht wieder zurück. Er hat nicht getroffen. Nöding. Er hat mich durch den Busch verwechselt. Ah! Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut! Ja, aber... Lass mich das nächste Mal retten. Ich kann nur mal hängen. Nöding. Oh, ich hab dann in der drohten Kiesel kommen. Ja, folgt nicht. Geil. Wo bist du, circa? Nord, Süden, West, Neusten. Ich bin beim Check. Ich laufe jetzt aufs Haus zu. Haus. Ah, nee. Mach weiter so. Ich bin gerade an dem Djen dran. Drei Viertel fertig. Sehr, sehr gut. Wir müssen nur irgendwie ... Nein. Ah, da hinten. No, ich fall schon weiter. Come on, come on, come on. No. Fuck. Nein. Shit. No. Fuck. Nee. Er wollte mich jetzt aber auch ... No. Das ist weg. Wir wollten mich auch echt dringend haben. Das ist weg. Kommt. Verdammt. Ja. Oh, oh. Oh mein Gott. Haha. Das war ... Genau. Das war der ... Hey, ich bin bei einem Ausgang, was ich ... Das ist Jahrhundert. Oh, du bist du. Was hast du denn? Was hast du denn? Ja, okay. Dann lebst du weiter. Das ist gut. Er kloppt wieder auf den Djen, an dem ich saß, und hat mich verloren. Ja, irgendein Busch. Nichts. 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 Übrigens, wenn man Leerenergie überträgt, bekommt man einen Spinnfuß. Ja, stimmt. Ich wollte sie sehen. Äh, kurz halten. Äh, ja. Na ja, nachdeutsch. Ähm. Ich hab, wie gesagt, einen doofen Key gefunden. Also, wenn alle Djens gemacht sind, spawnt ihr die Hedge. Oder nur, wenn einer noch gibt. Wie ist es inzwischen? Äh, wenn alle gemacht sind. Ich geh mal zur Rettung. Und die kannst du dann ... Okay. ... den Djen weiterlachen. Grüssi als Aufgabe, hab zwei Leute zu retten. Egal. Okay, nee, sorry. Dann können wir es auch wieder ... Nein, nein, alles gut. Du kannst schon im Weg ... Dann können wir auch wieder Platz tauschen, sag ich mal. Wunderbar. Damit unbedingt zu diesem Djen hier und ab. Ah. Na, 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 war ja kein Scheiß. So, kann ich gleich hier ... Nein, nicht sabotieren. Ah, das ist so nervig. Ja, das stimmt. Ich finde, ich sollte es echt ändern, dass man gebückt sein muss und sabotieren oder so. Alles klar, Puli. Dann bis später. Danke fürs Zuschauen. Ja, Puli. Kommt wieder. Man kann ja nur zwei ... Ich mach mir den einen, wenn wir auch noch gerne lassen. Man lässt nur noch etwas fahren können tatsächlich. Shit. Nee, ich muss will den hier doch knallen. Das könnte das Ende mit mir sein. Nee, das ist ... Nein, aber ... Ich hau da eine nice Sabo-Action raus. Ich blende ... Ging nicht, aber ich hab dem ja so ins Gesicht geblendet. Ah, wirklich. Hm. Ich hab's zusammen bis zu gucken. Ach, das ist das nicht gut. Ja? Ja, das weißt du ... Oh, Leute. Eigentlich hätte es zwei ich müssen. Wo, wo seid ihr? Wunder. 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 Wird knapp. oder? Nein, der geht auf mich. Egal, egal, mach den Chat fertig. Ich hätte sonst auch noch einen Entfernungsschlag. Boah, der kommt wieder zu dir. Das wird jetzt ganz, ganz, ganz ungünstig. Wir haben erhöhtes Glück, wir haben erhöhtes Glück, also jetzt zeig mal, was hier abgeht wir haben, was wir für eine Wertung am Ende haben, das ist ja die Hauptsache. Aber wir sind ja Asche 6, also von daher. Ja, also ich glaube, da sind wir relativ leicht zu prüfen. Später wird es dann angestrengt. Asche 6. Okay. So, dann sag mal an, also Fuchidus 1. Ich hab auch 1. Ja, ich hab auch 1. Ich hab auch 1. Ich hab auch 1. Ja, passt, dann leg mir aber halt, würde ich sagen, komm mal die selbe Runde nochmal. Das selbe Spiel nochmal, was ist das? Okay, das selbe Spiel nochmal und los. So wild, ey. Ich mach das immer mit irgendwer. Wow, sag doch immer. Wow, 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 wow. Hallo. Hallo. Ja, so echt geil. Oh, das war schön. Na, servus hier. Wir haben ja direkt, äh, Kürbis. Darf ich das segnen? Nee. Ne, Nancy gegen Michaela Bies, Alter. Nein. Junge. So, mit E macht man das. Mit E, jawoll. Mit E, jawoll. Warte, ich denke immer diese Geräusche von, von Jen, da diese, der so ein Killer ist oder so. Ja, wie schön. Ja, aber es ist ziemlich geil hier in der Ecke, muss ich ganz ehrlich sagen. Das gefällt mir. Oh, da beweise dich hier jetzt. Geht aber ab hier. Du bist gleich selber da. Kennt er. Äh, bei uns. Jaja, es ist der Wraith. Tja, alle Echte. Das sieht nicht aus, kann ich. Ja, weiß. Kannst du die auch throwblast unter der Pallet, und dann wer be sure. Also. Ah, kommst. Ja, er geht hier. Er ist ziemlich geil. Ich lasse die. Er kommt zu dir. Ich bin hier im Truck. Wo der kommt. Oder hier. Mal in der netten Action hier. Ja. Ja. Jesus. Ich hätte doch Hate On mitnehmen sollen. Es ist echt so ein, wie bei Rocket League so einen Spaßmodus geben. Wo du so während der Runde so alle, jede, keine Ahnung, alle 5 Minuten einen Perk ändern kannst. Ich habe hier gerade Punkt. Das ist ja lustig. Das ist alles hochgradig und schön hier. Als ob der durch einen Baum durchschlagen kann. Ja, ja. So, ich nehme nochmal die leeren Energie weg. Das ist Toten. Mal wieder. Achso. Nochmal kurz zum Nachfragen. Was klingt jetzt Kürbis zerstören? Ist es die Sache freischalten? Oder ist es diese Spalte da zu machen? Sowohl als auch. Okay, also müssen wir nur eins und beiden machen eigentlich. Äh. Oder weiß. Der arme Pumpkin. Ach ne, da habe ich böse angestimmt. Wer ist jetzt? Du rettest? Ja. Pass. Ich muss auch zweimal retten, also die nächste Rettung gehen kann ich gerne. Ja. Sehr gut. Ich würde auch Werner machen wegen meinem Deliverance. So. Den Deliverance. Weißt du was? Ich rette jetzt jemanden, ne? Dann ist es so, dass... Dass ich dann, äh, am Haken hänge, nachher zu mir rennen. Ne, ich spiele nicht mit Gloom. Wollen würden. Ähm. Wollen wir mal diesen her? Ja, nice. Der Pumpkin ist auch ein geiler Name für eine Katze. Hä? Ja. Ach so, das war das Wind, der das gemacht hat. Äh. Kein Ding. Ich danke vielmals. Wurrrr. 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 Wurr. Wurrrr. 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 Der kommt wieder zurück. Wurrrr. Oh nein, jetzt sind wir Spältchen weg. Ah, der Spalt ist direkt hier. Okay, den mach ich weg. Mein Spalt. Was? Schau, was ich jetzt mache hier. Was ist denn bei mir? Amazing. Gewaltiger Energietransfer. Ja, wild. Ah, jetzt habe ich irgendwas krasses gemacht. Das heißt, der ganze Ladebalken von mir ist weg. Dieser Aufladebalken. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Ob ich jetzt den Killer einfach töten kann oder so. Hallo. Also ich fand MeToo mal gespielt haben, haben wir immer solche Steam Discussions durchgelesen. Da meinte jemand so, yo Vorschlag für einen neuen Game oder DVD. Und dann so, die Survivors haben einen Shotguns bekommen. Ja, oh mein Gott. Um den Killer einfach zu ermorden. Wir müssen aber treffen. Oh, der Killer kommt her. Oh, oh, oh. Kommst du unter die Pelle? Ah, die ist schon weg. Ah, die ist schon weg. Ich hab mich vorher verletzt. Jawoll. Kann ich. Das sah so geil aus, Alter. Wie tut das so? Ich guck da ja bei den Himmel und lande ihn no-scope mäßig. Ja, das sah schon sehr weit. Was soll das sein? Ändert das bitte Behaviour. Vielleicht so. Man sollte... Ja. Einfach Shotgun statt Flashlight. Shotgun. Ist doch wie bei Granny, wenn man über 30 Sekunden den Killer einfach war. Oh ja, die ist das. Hä? Schlecht? Oh, Timo. So. Oh, Timo's Prime. Oh, Timo's Prime. Der Allerechte. Der Allerechte. Der Allerechte. Ich muss im Spalt. Ich bin eventuell retten. Obwohl es gut, wenn keiner hängt, dann müssen wir hin. Eigentlich hätte ich ihn vorhin einfach an Haken hängen lassen. Ist mit deinem Scheiß der Demorator. Ja. Er will mich wirklich sehr hart hören. Okay, kommen wir jetzt noch Gents? Gegeneinander im Team. Kommt. Ja, Timo. Sitzt irgendwer grad an dem Gin? Jawohl, am Steck bin ich. Sehr gut, ich komme dazu. Ich hab die Hälfte schon. Moin. Was macht er die ganze Zeit? Oh, okay, hier ist ein Kloß drin. Ah, das ist ein Kürbis, sorry. Nee. Ich hab die Hälfte schon gesagt. Absolut. Nee. Nee. Bisher läuft's auf der eigenen Jürgen Schleife. Ich sag mal, wie's ist, ne? Nur wenn die Runde zu wenig passiert, haben wir halt auch manchmal Probleme, den Einsatz abzukriegen. Das stimmt natürlich. Gerade bei späteren. Ja. So, jetzt ist die Frage, nöt oder kein nöt? Kannst dir gleich sagen. Nee, er hat keins. Ah, ich hab jetzt Hoffnung die ganze Zeit. Er ist nicht steig. Nein. Geil. Ausgang zu Hälfte aus. Besser Nod ist einfach der Speedboost auf, 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 aufs, aufs Nurs oder auf, auf der Handpress. Einfach geil. Ich hab keinen Deliverance oder so. Ja, kein nöt. Let's go. Raus. Jawoll. Na dann. Wo bist du? Eine Heilung wär noch fein. Ah. So geht dazu. Gibt keine Ahnung. Ey. Oh, hier ist noch ein Item. Willst du das Item holen, weil ich brauch kein Item, weil ich hab meine Special, äh, Ich hab noch meine Party, äh, mein Party Madkit. Wo bist du? Kann ich nicht noch denken. Ah, du kannst raus. Kann ich. Jetzt komm raus. Falls jemand auf Hedge gehen möchte, die ist er... Braunes Madkit. Not for me. Ich bin raus. Dankeschön. Äh, Ari, wenn du Hedge möchtest? Oh ja, Hedge? Hedge möchtest ich anbieten, ja? Geh, geh, geh zum Killerhäuschen. Müsst du recht sein, die ist da auf jeden Fall. Oh ja. Jawohl. Rechts. Wunderbar. Ehrlich. Ja, cool. Dankeschön. Ich bräuchte auf die Aufforgaben geschaut, aber... Oh Gott. Ich nehm die immer mit, egal in welcher Runde. Immer die Hedge. Ich hatte... Ich hatte keinen Klassenfortschritt. Oh oh. Oh. Was? 0? Ich hatte 0. Oh, da muss er rückt, würde ich sagen. Was? War schön mit dir zu spielen. What? Warum hab ich keinen Klassenfortschritt? Ich hab aber auch gerade so plus 1, ne? Fast plus 2. Ja gut, ich hab halt nichts gemacht aus der Chance. Nein. Und er wollte sein Adapt machen, der Killer. Oh no. Oh no. Nein! Als ob! Als ob! Als ob! Ja, äh. Fängt gut an der Riff. Scheiße! Nein! Das darf hier... Das darf hier wahr sein. Oh nein! Oh nein! Das musst du mit dem Link nach der Runde checken. Alright. Oh, da, hallo! Du hast einen schönen blauen Rätselkasten hier, hallo. Yes. Hübsch, hübsch. Ich habe einen, äh... Schönen... Einen schönen, äh... Medikit. Ghostface, Ghostface. Ghostface? Oh! 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 Der mag mich! Der mag mich! Oh, der ist recht. Jetzt sind wir alle auf einer Stelle, Leute. Das kann echt nicht so schlau gehen. Ghostface. Ja. Okay, jetzt gehen alle weg. Dann kann ich aber gleich da bleiben. Oh, das ist zu lieb. Was? Schön, dass ihr ihn nach mir abgespielt habt. Ich habe ihn aufgedreckt. Das finde ich sehr ehrenvoll. Er ist hinter... Er ist hinter mir. Aber er geht... Er hat keinen Bock auf den Doop. Er geht wieder zum Jen, wo ich gerade war. Ja, er ist, er ist bei mir. Ich geh ins Haus rein. Ach. Oh, oischi. Na, hätte ich mir denken können, dass er mich drückt. Hm. Oh, hier sind so schlechte Loops überall. Okay, er chillt hier bei mir, er will mich starten, aber... Ich hab mich gesehen, okay? Ist gar nicht so blöd. Ich weiß nicht, wohin es sei, ich ranne aber es kann über die Map. Aber du hinläufst. Ich bin im Eck. Oh, nö. Howdy. Also, wo wurdest du jetzt gefasst und nicht später? Oh, nö, jetzt bringt er dich einfach hierher. Er läuft echt unter ner Palette durch, wieso hab ich diesen Perk nicht? Du musst einfach retten für deine Deliverance. Ja, es ist wirklich, es ist mir persönlich, liegt mir das auch am Herzen. Tja, ist kacke, ne? Geblendet ist er. Also, Illy ist direkt bei mir bei Verwetter verfolgt. Ja. Aber du kannst schon retten. Ja, werde ich. Bei dir rennt dann jede Palette rein, ne? Bei mir in keiner einzigen. Das ist jetzt schlecht. Besseres Gameplay. Hallo! Nein! Nein! Das mach ich! Sag das richtig. Nein! Jawoll! B, du stirbst in den nächsten 5 Sekunden. So nicht, mein Freund! Hast du es geschafft jetzt? Kann ich sterben? Lass dich mal heilen. Ich muss Leute heilen. Hä? Als ob, Alter! Ich bin hier. From Space, der Junge, wirklich. Hinter dir, hinter dir. Bei der Palette. Äh, bei dem Haken. Ah, bei der? Aber selbst Genesung zählt es auch zum Heilen. Das tut mir das. Ja. Schick geheilt, oder? Okay, krach. Enchender war soweit. Das hab ich nicht. Lass mich weiter heilen, wenn du willst. Ich war ja gerade noch genießt. Achso, du warst noch genießt. Genießt. Oh, oh! Kann er retten, ne? Muss ihr noch so weiter rennen. Ja, aber... Guck mal, ich mit. Ich hebe die Palette da vorne. Ah, oh, nice. Wie hättest du mit englisch der Perk? Animes. 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 Da ist noch was. Ja, das alles so, Alter. Hab ihn durch... Durchblickt. Okay, okay, wir schaffen es noch, bevor du in die zweite Stage kommst. Ja, das wäre ganz nett, tatsächlich. Ja, das schaffen wir auch. Oh, der Killer kommt zurück. Oh, er kommt zurück. Aber ich halte dich trotzdem. Warte, ich stecke auf, er kommt da. Oh no. Okay, der hab ich echt gegen den Stein geboostert. Warte, bitte, bitte. Geht wieder auf, Steckdose. Alles für den Schönein. Das ist wirklich ganz herrlich. Nein! Ich sag's euch, wie es ist. Das wird wieder... Das wird wieder... Kein... Kein... Nooo. Okay, dann müssen wir uns bitte reinwerfen, glaube ich. Ja, wir machen auch zu wenig Challenger. Ich muss ja schnell da gehen. Ich muss ja schnell da gehen. Er kickt gerade die... Ja, ist eh. Der Stein ist fertig. Okay, er ist... Er ist... Er ist... Er ist... Er... Chillt. Ich bin auf dem Weg. Ich hatte... Er ist jetzt da nach vorne. Ich halte gleich. Ich halte gleich. Oh... So, let's go. Ah, shit. Aber na ja. Ich hab ja Deliverance. Aber wenigstens hast du's. Ich nehm meine beiden Rettungen, du hast ein Deliverance oder so. Also, wenn Steckdose das noch überlebt, dann ist alles gut. Oder... Also, verpickt. Dann halte ich einfach die Reste Runde Stealthy und dann passt es, glaube ich. Oh, so. Versuche ich zu retten. Okay, geht auf mich. Kein Dank. Warte. Warte, er hatte Deliverance. Er hat eh Deliverance. Er hat eh Deliverance. Ich heil dich. Du bist... Ja, das ist so. Wo bist du? Ich bin hochgelaufen. Oh, der mag mich. Ich glaub, das Geländer kann ich stocken. So, was ich wüsste. Ja, blöd. Und auch noch geblendet. So muss es. Jawoll. Äh, macht man nicht den Jen hier in der Mitte. Was ist ich denn im Haus? Ne, also der, der jetzt hier in der Mitte ist. Da auf dem freien Feld draußen. Mhm. Boah. Das ist echt böse. Das macht man nicht. Komm, wir auf der Seite schon. Kann man den im Haus machen oder meinst du nicht? Ähm. 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 Noch eine Spalte hier in modernäher. Was ist zu weit weg denn? Ich hab kein Flink. Das fehlt mir bei. Ähm. Flipflop nicht Flink. Flipflop, alter. Ähm. 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 Ich bin der erste Geer. Ja. Weil ich stehen an, Esther, Schen. Er kommt runter. Er kommt, Esther. Mach weiter, mach weiter. Oh, nee, nee. Lass auf mich gehen. Lass nicht hin. Ja, ich bin gut. Warten schon fertig. Sehr schön. Ja, gut. Oioioi. So, jetzt kann ich ja den Jen hier draußen machen, oder? Ja, ich bin gut. Ja, ich bin gut. Warten schon fertig. Sehr schön. Ja, gut. Ähm. Aber da kommt der Kinder hin. Oh, wie ich diese scheiß Fähigkeit steckst. Hast du sobald du aufschließt? Joi, weil trinkt ihr mich? Und wieso kommen wir nicht frei? Ah! Das ist so bitter. Ich sehe nix. Ja. Sind sie ja beide an zwei verschiedene Gems? Ist das richtig? Nee, nicht. Drücken die Sänge. Oh, so. Ja, jetzt höre ich auch. Okay. Also, war gut. Ja, das hättest du am besten, weil du hinkst noch nicht. Ich steck bloß auf, du einfach ein bisschen. Oh, oder du ratest selbst. Ah, ich seh ihn erst bei mir. Okay, passt. Da steckt rein. Du schaust. Schau dich an. Aber immer noch Ding, ne? Oh, no. One-Hit. Pass auf. Ich stand vor ihm, als ich schaue. Ja, das ist manchmal gebrochen. Gut, ich hab immer noch Entscheidung Schlag. Ich mein, ist ja egal, ob ich überlebe oder nicht, Hauptsache. Ja, das, das ist ja das, die Änderung im Gegensatz dem Hardcore Survival, ne? Genau, das stimmt. Weil ich denk mir halt, wer, das ist halt sonst ein bisschen, ja. Manchein ist fast fertig, ihr müsst keinen mehr anfangen. Okay, pass. Dann, äh, geh ich mal zum Exit-Gate über diese. Jo, dann... Wo ist denn der? Ach, da hin, ne? Ja, mach das. Ich... Ich steh wache und schau. Aber komm. Ist die Tür offen? Ja, der Killer hinter dir? Ja, ja. Ja. Ich bin am Ausgangstor. Mhm. Ausgangstor ist zur Hälfte fertig. Und noch kurz, noch kurz. Jawoll. Ist ja auch mir verschont. Ausgang ist fast fertig. Mach 99. Komm, Tor. Ausgang ist auf 99. Ich mach mal. Hey, kommst du Ausgang? Jawoll, wir sind alle da. Kann ich aufmachen? Mach Aufgang. Vorsichtig. Durch. Ist der bei euch? Ist der bei euch? Ja, ja. Warte, 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 warte. Okay, ne. Ne, ne, ich will mich nicht rosten lassen. Ne, ne, ich will mich nicht rosten lassen. 90 Prozent. 90 Prozent. Doch, die Packshack. Aber wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich aber auch nicht. Natürlich reicht das. Und? Oh, ich hätte die Hatch nehmen können. Da war ich ja sogar. Da war ich ja sogar, als ich den Schen gemacht habe. Das ist eins, jawoll. Jawoll. Oh, aber ist knapp. Ist knapp gewesen. Ich bin sogar schlecht gewesen. Egal. Ja, nicht so wild. Ja, ich spau mal. Direkt in den Kürbis gespawnt. Ist ja herrlich. Und. Ding. Ach nee. Ach nee. Der Jet ist geblockt. Oh, es ist die Drätsche. Oh. Auch unschön. Aber die Map ist gut. Ich auch nicht. Ich mach die Map als Killer sehr gerne, aber als Surf nicht. Er hat keiner frontal dabei, ne? Ich mach mal. Also schenke zu. Keiner hat mehr. Nee, nee. Ich hab... Oh, zum Glück hab ich frontal wieder abgewählt. Da hatte ich jetzt ein Problem. Ja. Junge, das wär zu wild gewesen. Junge, der bist im Schrank und der kommt dann. Bye. Ich hab grad schon geblendet. Ist ja sehr gut. Oh. Jesus. Ich schau mal dir. Ich glaub das ist Shake. Jawoll. Bindung ist schon was Nicees. Auch wenn man zusammenspielt, ist Bindung eigentlich immer ein Perk, mit dem man nie was falsch machen kann. Es wird nichts mit Deliveration, ne? Aber jetzt bei mir auch so ein Typ, wenn ich die Deliveration mitnehme, häng ich immer als Assis-Tron-Ausnahme. Ja, dann rette ich mal, oder? Hm, tu das. Oh, lol. Nein, der hat diesen Preiss-Perk und ich bin unfähig. Äh, wo ist er hingegangen? Eli, wo ist er hin? Äh, mir egal. Wie heißt das Partner von der, von der Zorn? Mir egal, okay. Okay, ich, ich hab gehört, ich rette doch nicht. Mach ich dich erstaunt, dass das halt. Lass mal hier kurz hinter den Stein stecken. Er ist von der, von der, von der, äh, äh, wie heißen die? Na, was soll das jetzt? Von dieser Frau Sadako, wie heißt denn der Film da vorne? Äh, Sadako Reiser. Was? Ja, diesen, diesen Emo-Mädchen da. Wollen wir uns vielleicht diesen Jen hier vornehmen? Können wir machen. Dann verschließe ich mal. Ja, wenn man einmal 15 hat, dann kann man es eigentlich schon machen, ne? Dann braucht man nicht mehr. Dann schrank der Trieb mal ja auch noch zu. Sehr vorbildlich. Finde ich auch. Ich lass mich auf. Auch in die Leid. Ich hab, glaub ich, in meinem Leben erst mal dreimal oder so gegen Kutatsche gespielt. Kommt. Spreff, bitte. Lass mich aufdrehen. Bei Trätschern machst du mal einen Fakt nicht einfach, wo man was sagt. Bei Trätschern kannst du einfach kauen, den Bömer nicht in Schrank ist. Er hat sich gerade selbst outgeplayt, aber ganz massiv. Oh Gott. Oh nein. Oh je. Ja. Da sind ja was, den da hinten in der Ecke. Ich mach gar keinen Job. Oh du. Ach so. Aber he, wo ja ich bin. He, wo ja ich bin. Also das gibt, das gibt äh Jagdpunkte, liebe Freunde. Oh, ich sehe da jemanden hinterher noch. Down? Ich down? Nein, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ne, Mann, ja, guck, da oben ist halt jetzt da gar nichts. Ja, geht's dran. Jemand? Ja, ist dran. Ja, ist dran. Jemand? Welche meinst du? Ne, das ist was man. Generat. Das ist immer wenn du 90% hast. Aber nur einmal pro Gen. Ja, was macht der? Er schlägt gegen den Schrank dagegen. Er schlägt schon wieder gegen den Schrank dagegen. Ne, ne, er macht das Schloss weg. Achso. Er kommt wieder. Er ist noch bei mir, direkt vor mir. Er geht auf die andere Seite. Ist aber noch in der Nähe. Ja, ich sehe. Oh, jetzt geht er. Wart noch? Geht? Ich weiß es nicht. Er hat direkt neben mir so eine Schleife. Oder, ne. Komm schon nicht. Ich glaube, er weiß nicht, wie man die Schleife macht. Doch, er weiß es. Doch, er weiß es. Doch, weiß er. Aber er ist danach super lustig. Ja. Ist er. Ich würde gerne den schon noch fertig machen. Bevor er auf die Idee kommt. Er kümmert sich eigentlich um nichts anderes, als die Schlösser aufzumachen. Gibt's da ein Achievement vielleicht dafür? Ne. Ob das ich wüsste. Was ist denn? Verwirf ich nicht. Ich mach den ganz aus dem Lichter-Checks. Ich bin froh, der ist nicht. Einfach. Ja. Bleib mal hier. Stopp. Ne, er ist in der Nähe. Wasser? Hallo. Ja, gebat. Bauer. Der nach oben. Bauer. Ohne Werkzeugkiste. I doubt it. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dass es so dunkel werden kann, dachte ich so, endlich wird DBD mal creepy. Ja. Bauer. Ja, das ist dann schon wieder weniger creepy. Finden wir noch einen Gen? Oder warum laufen wir hier so rum? Wir suchen einen Gen, tatsächlich. Ah ne, auf der anderen Seite sind wir zwei. Oh, da ist er rot. Ja, hat keine Sonnencreme aufgetragen. Boah, sie hat neben mir so'n Ding nochmal. Ah. Ein Schenkel. Ja, aber der ist ja Ultra, das ist das Camping-Ding. Der ist ja richtig lost. Ja, hier? Ja, hier? Ja, aber okay. Hallo. Ja, Leute. Warum bricht es immer ab? Ich verstehe es nicht gar nicht. Ich weiß es nicht, vielleicht weil ich hier ranzubinde. Hopp. Oh, jetzt geht's ab. Da beweise ich, da war ja herrlich. Ich. Fantastisch. Oh, Timo. Hier ist keine Plätze. Oh, Timo. Ich hab keine getroffen, ja. Du kannst ihn tatsächlich eigentlich ganz gut schicken. Ja, ich hab keine getroffen, ja. Nein. Ich hab's nicht verkackt. Der war's. Ne, ist er eh. Ich war's nicht. Ja, dann war's wohl der Herr Zuckerfried. Das wäre nötig, aber was für eine Absicht. Ich war auch so. Juge, der Platz hier ist ja saugeil. Mach auf. Er hat da nicht so'n kommersches Ding. Zieht der mich hier oben? Ich bin auf so'n Fenchel gesplattert. Das sieht so dumm aus. Zirgel. Nimm du den bitte mal. Kann ich gleich heilen? Oh mein Gott. Weil ich, äh, wir schaffen das noch. Oh mein Gott. Weißt du, was wir machen sobald? Ich würde gerne mal heilen. Alter, der ist from space der Typ, wirklich. War nicht immer. Ich steck dir so nicht sterben, ich muss dich heilen. Der 200 Punkt will man immer gerne mit, ne? Von den, äh. Der Platz ist 200 Punkte. Das sind einfach 4 mal so viel wie einmal nen Check-Chalk. Er dringt sich mit, er lernt dazu. Ja. Ja, du it. Du it. Nein. Nein! Es dauert jetzt länger. Das macht nicht ab. Es hätte geklappt. Vor zwei Monaten. Verzweigen, oder? Vor zwei Monaten hätte ich auch noch meinen Friendschill gespielt. Also ich bin im Channel in der Ecke von der Map, bei einem Haus in der Nähe. Ja, geblendet habe ich. Aber ich glaube, ja. Hast du ihn geblendet oder hast du seinen Johor weggeblendet? Wer ist in der Nähe von... Es könnte mal einer von euch ganz schnell starten in meine Richtung. Das wäre ganz herrlich, weil... Eli ist gerade beschäftigt. Ja, ich bin tot. Hast du was zu gendern? Oder ich. Ist auch ein Weggeber-Pile, aber... Dann drehte ich... hatte ich, Eli und... Du. Oder ich. Ich hatte auch nichts gegen eine Heal-Party. Super. Super. Du. Ah. Lauf! Ich wollte ein Team, ey, der. Er kommt zu mir. Hinzukehlen. Hallo! Hallo, hallo! Hallo, hallo! Wollte ich heilen? Oh, ich soll nicht heilen. Er möchte nicht. Er möchte nicht! Er möchte nicht! Jetzt können wir heilen. Aber jetzt können wir heilen. Warte, 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 bleib stehen! Ich möchte aber auch gerne die Steckdose heilen, wenn ich wüsste, wo er ist. Die Steckdose heilt sich gerade selbst. Oh! Nein! Das ist ein Plus Eins. Doch, doch, das ist ein Plus Eins. Ja, das muss ein Plus Eins sein. Ja. Das war's. Oh, aber ganz knapp ein Plus Eins tatsächlich. Oh ja, der Garten der Freude. Ach. Da freue ich mich halt drauf. So. Und natürlich wieder. Nein, geh weg! Okay. Lieblings-Map, ja. Oh, auch wieder gebelockt. Ich hab Tote, mich mach's weg. Oh, nein. Schmeckt schon. Boah. Das ist so wild, Alter. Bleib mal an dir dran. Das ist ein Demo. Oh, geil. Hier ist echt ein Totem bei mir. Äh, Nia, rechts abbiegen. Da wo ich ja Kitz sitze, da drüben ist ein Totem. Ja, ist der wohl besser. Du hast ein Totem dabei. Ihr. Dein Demo. Oh, ich mach Demo gar nicht. Ich mach gerne. Danke für den Hinweis. Jetzt noch einen Sound immer. Woh, 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 woh. Ich hab ja sehr seltenen Runden mit ihm zu spielen. So, Shadys and Lantlemen. Ja, ja. Ehrlich, hab ich ihn ganz sicher noch nie. Ja gut, hier gibt's auch nicht mehr so auf... Keine mehr. Ili, wo bist du hin? Hä? Ja, auf hier, die Dinger zu unterschlagen von meinen Augen. Wo bist du hin, Ili? Äh, ich renne an der Seite, an der Kante durch die Map. Meiner. Äh, Jens sind immer noch geblockt. Ja, deswegen lauf ich grad weiter. Ja, ja, ich such auch bei dem Hintern. Auf der Ferne. Hier ist man. Ich will mich hier an dem Beweis von Ili ergötzen. Ja. Ergötzen? Ich hab mich früher mal gefragt, warum ich mit White so viele Punktpunkte immer bekommen habe. Er vaulted windows. Ich dachte. Wenn ich einen Löffel Pudding essen. Und dann ein Löffelchen voll Pudding. Ja. Mit der Medizin versüßt so. Nein! Äh, bist du auch noch verfolgt? Nope. Weiß ich auch mal der anderen safe ist. Äh, was ist da heute los damit? Bing, bing, bung, 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 bang, bang, bang. Ach, ich bin ein Spalt, ich bin ein Spalt, ich bin ein Spalt. Uuh. Ich bekomme es doch noch ein bisschen. Hat der Demo irgendwelche Dinger gemalt? Äh, 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 Boros? Er kommt wieder zum Haken? ich wollte eigentlich weiterlaufen und dann ist der typ einfach jetzt weiter stehen geblieben hat das item aufgehoben das war so nicht geplant going as fast as i can und kürbis ich habe auch einen kürbis gesnackt also umgehauen als ich dich vorgelegt habe richtig und wichtig soll ich gleich halten also wer rettet jetzt ich kann gerade werden dann das ist dann rette ich jetzt einfach mal ich kann doch nicht so fester wo so feuer drin ist und das verblendet ihr liebes nicht ja du hast deliverance ich würde euch da gleich mal heilen er kommt dadurch und wo neben dem schön so ich bin schrecklos gemacht ok dann ich bin ich drin ich bin echt nicht drin ok ok ich glaube ich habe ihn übernommen er respektive des heißt das ist sehr nice der hat mich gesehen also wenn ihr vom hagen kommt geht auch in den schwank machen wir das portal da weg nein ich war es portal nicht weg da ist er vom from space schon wieder der alten knüppelknecht hier da gab es erst mal die ellis ins gesicht die map hat so viele offene flechte nicht und schlappig schlappig aus dem der vierten der ruport zu groß die tuker die dritte über das aber auf einmal gescheit das hat er jetzt wird nicht wahr abett er hat dann hat er äh schlappiger Schlachter Franklin sind im Eingang ich bin mit Leipzig okay, hier sind Portals lasse ich jetzt immer mal liegen komm, der sagt mal Ja, hurry up, bitte, bevor ich in den Vertrag komme Bist du linke oder rechte vom Bein? Ich bin, äh, ja Bist du linke oder rechte vom Bein? Großartig Bus, ich, äh, hab innere Heilungen Ja, ich muss doch Leute heilen machen Egal, bin so klar Jeden Schrank, ne, der, der respektiert die Schränke So Hier ist ein Totem beim Zaun, wer den jetzt braucht Elie, vielleicht, wenn du, äh, Zaun willst Oh, du hast schon gesagt Ganz, ganz ungewünschtig hier alles Nee, hast du nicht Ich bin, ich hab, aber irgendwie, wenn man den Tod, äh, den Portal wegmacht Dann hat man das selbe, selbe Blau, wie beim, äh Wie beim, äh, wie heißt der Heidoport, ne? Ach, erkenne ich das aus Nein! Was, glaub ich, dann ist gut, dass ich erst mit dem anderen, mit den anderen Aufgaben angefangen hab, weil dann, wenn noch irgendwer ein Hitkass... ja, okay Das ist dann wirklich mal Gens machen, sonst eigentlich ein ganz großes Problem Ich hab keine innere Heilung, ungünstig Äh, mach mal den General Ja Ah, er hat Surge, äh, dann... Deliverance Ich hätte das nicht sagen Ich hätte das in den Keller, oder? Surge nochmal Ist, wo, äh, die Generatoren explodieren wird Ah, Spannungsspannungsgüse Okay Ich sag dir, äh, jetzt wär Heilung ganz Ort, Tivo Ja, ich schlafen ist, er kommt Ich bin in meinem Gen fast fertig Ich würde ihn noch durchziehen, wenn das okay ist Ist er draußen, dann kommt er Ja, komm, lauf, lauf, lauf Ich rette Er geht für dich Okay, wunderbar Ich bin hier so oft in diesem Haus hier Wieso sind dir die Möbel auf dem Kopf, sehe ich gerade Komm Okay, drei Zwei Eins Und du Ja, nehm ich Ah, er geht auf mich Nein Bist du, bist du, bist du, bist du, bist du, bist du Da bist du Ich spiele das Keller-Check Was? Ausgabe Sein Echt? Oh Ja Der Keller beim Check Nein! Ah, scheiße Nein! Boah, wenn ihm jetzt irgendwer die Pellet auf den Kopf geschnüttelt hätte Das war weg Völlig Ah, ist mir tot Scheiße Nein! Nein! Was sind die Ausgänge? Ich glaube, er gefühlt steht der Drohne Einer ist direkt, äh, vor der Park Ich hab mir sofort gestoppt Ja Der andere ist... Farge Ich geh ins große Haus Der hat macht uns cock Oh! Zum Glück Plus Eins Oho, w Heh ap Oho, war sonst will es echt so schnell gehen, wenn wir machen, wenn wer stirbt Eroder Der Memph Ne, weiß nicht Der ist bei dem Acht. Ich denke, du hast jetzt ahnungslos. Status. Er ist jetzt weg. Er kommt wieder her, ja. Ich fange mit dem Ausgang. Nice! Oh Gott, das fällt. Oh Gott, ja. Scheiße. Mein Ausgang ist mit 50. Passt. Merk schon, Nia wird mein neuer Ding. Okay, ich kann aufmachen. Ich muss aufmachen. Okay, ja, ich komm. Er ist bei mir. Raus, geht raus. Ja, geht raus. Du auch, Nadi. Ja, ich bin hinter. Ähm. Ähm. Jetzt hat man daneben. Come on! Jawoll! Mach's zu! Forte Points! Mach das weg! Mach das weg! Tschüss! Hallööööch! Er kommt! Ja, ich hab ihm noch mal Hilfe gefunden. Ich hab bitte ne Hedge jetzt immer. Ich muss das Tote, äh, äh, das, äh, Portal noch schnell wegmachen hier. Plus eins, auch fast plus zwei! Oh ja. Demo war. Hast du plus zwei, Fuji? Ne, leider nicht. Mal gucken was... Ne, plus eins. Das war ja so, wenn du früher im alten Ranksystem Prestige 1 hattest, hattest du im neuen Level, äh, Prestige 3. Mhm. Und ich hab alle nur auf Level 50 gemacht. Ja, ich hab alle, ich hab ja alle, äh, Prestiged. Ja, bei mir war das Problem, ich wollte unbedingt, dass bei jedem Charakter dran steht, Level 50, so. Ja, ich hab... Ja, aber ich bin nicht auf Prestige 1 gegangen. Hab gestern gelegt, hab hinten jetzt... Michael... Ähm, Michael... Was ist los? Ja, hinter dir. Aber ich hab... Ich hab tatsächlich das auch immer in den Discord gepostet damals. Mit den... Oh Gott! Alle, alle, das Titeln... Ey, du musst auch was sagen, nicht einfach vom Jen weggehen. Sag mal, ich hinter dir. Ich hab nur hinter dir gehört, oder bin ich dann vom Jen weg? Nein. Auf mich zu stalken. Oh Gott, wenn der einen Tombstone hat, Alter, dann krieg ich ja wirklich... Ach nee, dafür ging's schon zu spät. Hier. Du bist doch. Achtung, Michael kommt...